Wanddesign und Malerarbeiten Nonnenmann in Winterbach. In dem renommierten, inhabergeführten Fachgeschäft findet man jedoch nicht nur alles rund um Farben und Lacke, sondern auch eine großflächige Ausstellung rund um das Thema Innenausbau. Denn Nonnenmann steht auch für Tapeten, Gardinen, Bodenbeläge, Stuckleisten und Gardinenstangen. Durch fachkundige und individuelle Beratung kommt der Kunde seinem Wohntraum schnell näher. Durch direkte vorhandene Auswahl an Ansichtsmuster fällt auch die Entscheidung oft viel leichter und schneller, ob innerhalb der Ausstellungsfläche oder daheim vor Ort beim Kunden. Im Geschäft gibt es zudem eine große Auswahl an Farben, die auch individuell in einer Mischmaschine zusammengestellt werden können. Für professionelle Malerarbeiten, Fassadenrenovierung, Wärmedämmung und Kotec-Wanddesigns steht ein fachkundiges, zuverlässiges Team bereit. Bei Nonnenmann steht somit der Kunde und seine Räumlichkeiten im Mittelpunkt.